Das nächste Stück ist auch der Stadt München gewidmet. Einen der, neben allen anderen, grandiose Zyperspieler, der Jörg Rhein-Württemberg, bei Schaub-Württemberg. Weg zum Herzen. Ein Stück, das auch auf seinem Grabstein eingraviert ist. Der ist eine große Stimme. Ein Stück, das ist eine große Stimme. Ein Stück, der ist eine große Stimme. Die Stimme. Die Stimme. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020